45 Millionen Sklaven soll es heute im Jahr 2018 geben, mehr als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Diese ungeheuerliche Zahl erklärt sich dadurch, dass die moderne Sklaverei viele Gesichter hat. Arbeit, Sex, Haushaltssklaven und Kindersoldaten. In Thailand etwa müssen Sklaven bis zu 15 Jahre ohne Unterbrechung auf Fischerei Trawlern arbeiten. Sie werden unterdrückt, geschlagen und ermordet. Nur wenigen gelingt die Flucht. Die Boote kommen nicht an Land. Die Sklaven werden auf hoher See auf weitere Schiffe verkauft. Deshalb bekommt die Öffentlichkeit nichts davon mit. Und was sehen wir wirklich aus Afrika? Wie 100.000 Kinder entführt und zu Kindersoldaten versklavt wurden für einen grausamen Guerillakrieg in Uganda, Kongo, Sudan. Nicht wirklich.